Und ich überlebe es. Nicht schlecht, aber dann können wir immerhin gleich Stone holen. Verdammt. Spannung. Spiele und Spaß für die ganze Familie. Ah, zuerst muss ich mir auch mal wieder ein neues organisieren. Na ja, gut. So, oh nein, da wollten wir gar nicht lang. Da wollten wir lang. So. Okay. Ja. Okay. 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 Ich habe es, was ich da, was ich prepare. Okay. 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 Und So, da haben wir erst ja das Gras auf dem Dach gepflanzt, damit es hier wieder einigermaßen aussieht. Es sind überall hier gebaut, naja, gut, hauen die weg, nicht so schlimm. Ein Traum aus Stein entsteht, naja, ein Traum vielleicht nicht, aber irgendwas aus Stein wird es schon werden. Da gebe ich mir Mühe. Es ist auch schwer, wenn man noch Steine mitgenommen hat. Also schwer in der Hinsicht zu failen, dass da nichts aus Stein bei rauskommt. Ich würde fast schon einem Wunder gleichen. So. So, dann kommen wir die hier noch wieder raus holen. Falls ich das irgendwo von unten entsprechend machen möchte, dann haben wir es gleich richtig. So, und der noch weg, der noch weg. Ist auch nur zwei, ne? Und zwei. So, und das hier wird ja... ...kabbelt erstmal. Na, dann bauen wir da noch Lücken oder so rein. Mal gucken. Hoch konzentriert. ja doch geht so machen wir das erstmal hier so ja sonst nichts gönnen uns ja sonst nichts so und nun nun haben wir hier diesen wunderschönen ausladen was auch immer nun wäre es ja toll jetzt hier oben in der höhe von 3 natürlich natürlich falsch rum so da hoch gucken und dann so seitlich den rand klatschen das ist möglichst einen unteren rand ja so untere rand und 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 wo brauche ich noch glas recht sand die 32 die ich da noch drin liegen habe werden dafür nicht reichen was so voran ui schön Naja, schön wär's gewesen. Okay, sind wir drüben. Gut, fangen wir jetzt erstmal da mit an. Viererhöhe. Na, Viererhöhe ist ja nun ganz schnudig durch. Das heißt, ich kann ja hier wirklich dann das machen. Na, das sieht doch auch noch gut aus. Naja, also was heißt gut. Ich stehe halt auf diese Cobblestone-Fensters, muss ich ja doch ehrlich zugeben. Und das hat schon was, ne? So. So, und die hier nochmal zählen. Vielleicht machen wir davon dann doch wieder ein paar rein. Jetzt erstmal kommen die auf jeden Fall wieder raus. Was wir erzählt haben. Und dann müssen wir das Ganze hier nochmal zurückziehen. Und zwar hier. Typ. Typ. Hier. Das kann auch raus. Weil die Weilen. Wir brauchen Stones. Das ist schwer beiseite. Parker werde ich bald bereuen. Ich merke das gerade schon wieder. Das Bereuen fängt quasi schon an. Nein, so, warum kann man das nicht bauen? Wobei nicht nach oben drauf klettern. Das hier wird schon schlimm genug. Da kann man jetzt nicht mehr drauf springen. So, nur noch so. Oh, damit es ja wieder besonders holprig wird. Aber was jetzt? Ne. Wäre jetzt falsch rum. Ja. Jetzt wird es auch noch nacht. Vielleicht zischt es wieder hinter uns. Glas braucht man noch, wie gesagt, für Boden. Der Boden wird mosaikartig mit Glas gefüllt wahrscheinlich. Und halt oben einfach Glas ring klatschen. Für den Himmelsblick. Ohne den machen wir ja nichts mehr. So. Und nie. Kann man das hier auch so machen. Da können wir den Berg noch wegreißen. So ein Stück weit. Ui, Enderman. 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 Ja, müssen wir ihn später sowieso noch anpassen. Wir sehen den Berg. Dass er halt hübscher wirkt. Was hier so mit dem... ...gassene... ...Zeug. Also, wo kommt das hier weg? Das hier auch. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es Steintore gibt. Gibt es Steintore? Habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Wahrscheinlich nicht, ne? Zack. Na, ist doch erstmal hübsch, oder? Naja. Hübsch ist relativ und... Äh, relativ ist selten, oder? So. Kann ich da noch durchlaufen, wenn ich das so mache? Nein, kann ich nicht. Hübsch ist relativ und da kann ich noch durchlaufen. Äh, ja. Ja. Gut. Das heißt, wir machen hier den Raum noch weiter. Das ist ein Stück weiter, weil wir nicht eben gerade, naja, nicht drüber nachdenken. Wir haben es doch. Wir haben unten schon wieder Unmengen an Kohle gefunden. Und damit ist es dann auch möglich, das sich mal zu gönnen. Ich glaube, ich mache das so. Weil, wenn ich das jetzt... Genau. Dann mache ich das so. So. Und dann... Ah. Diesen Hearthstones, die so halb abgesenkt sind, kann, glaube ich, nichts spawnen, hoffe ich mal. Mal gucken, wie es wird. Und ja, ich verschwinde gerade. Hearthstone Slabs. Aber ihr werdet schon sehen, warum. Vor allem die Creative Crafter unter euch werden es sofort erfahren. Wo der tiefere Sinn der zweckt. Der zwickt. Der Zwicker. Der Zwickerzweck. Die Grundidee. Die Havarie um Barbary. Sogar Barbie. Whatever steht. Man kann nichts Sinnvolles machen, wenn man hier so konzentriert vor sich hin frickelt. Das ist echt irgendwie ungünstig. Macht man nur komische Geräusche. Man kann auch schon. Man kann auch noch niemännchen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.